Ein hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Bulletstorm. Ja, es geht weiter, wir nähern uns dem Gestank und ja, ich bin sichtlich nicht gespannt, was uns da erwarten wird. Ja, so war's. Toll. Ein Fütterungsgelände der Burnouts. Hm, Sektor 8b. Gut. Echt lecker. Vor allem hier ist es schön eng. Und Ishii, der Idiot, ist natürlich wieder vorgerannt. Ich habe das Gefühl, je näher wir Serano kommen, desto grantiger wird der Typ. Kollege, halt den Ball flach. So, das war's mit dir. Ach, lecker. Können wir bestimmt ein paar Gegner reintreten. Aber so sieht mir wieder stark nach so einem kleinen Bosskampf aus. Runde Arena, Kreis, ja. Ja, da ist schon wieder einer deiner Lama an der Tür. Ach, Schloch. Ja, was ein Idiot. Oh, was ein Trottel. Ja, geil. Ich habe das Gefühl, ich sollte jetzt irgendeinen geistreichen Kommentar abgeben. Warum gerade jetzt? Hm. Ich kriege erstmal zwei Stahlrohr auf den Kopf und fällt da rein. Die, die... Riecht du das? Ah, frische Luft. Wir sind fast draußen. Wieso habe ich das Gefühl, dass etwas einstürzen wird? Okay, gut, wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Gern geschehen. Du bist echt so ein Idiot. Willkommen in die Lidio. Steck dir... So, guten Tag, die Herren. Besoffen macht das dann noch alles viel mehr Spaß. Das war's. So. Noch so ein Bot zerstören. Hui. Nein, wie toll. Wow, Alter, übertreib's nicht, Kollege. So. Der fliegt erstmal in den Elektrozaun. Oder in die Elektrosäule, vielmehr. Und ich frage mich echt, wo Ischi wieder ist. Na gut, ich bin ein Idiot. Dass ich da noch drauf schieße. GG. Was? Oh, scheiße. Na toll. Das kann ich jetzt irgendwie nicht so gut gebrauchen. Obwohl, hier haben wir doch so einen Teil. Hahaha. So. Aber den haben wir gleich. Der Schuss schon. Oh, scheiße. Da, es war klar, dass wir sterben. Fuck. Scheiße, da war ich zu übermütig. Okay, also nochmal. So, komm du mal her. Scheiße, die hauen echt guten Schaden raus. Muss man den lassen. Mann, der hält einiges aus. Wow. Mensch, der angenehm flug. So, der auch. So, gut. Durch den Sturm kriegen wir jetzt wenigstens 115 Punkte mehr als eben. So. Dem wird erstmal wieder fett irgendwo reingetreten. So. Das war's mit dem. Gut, das muss es doch mit denen nicht gewesen sein. Tschüss. Gut, schauen wir mal kurz. Wir können mit der Schröpfelte endlich die Ladung freischalten. Jawohl. Geht doch. Das rockt bestimmt wahnsinnig. Wo bist du? Wer schießt mich hier an? Da ist der Typ. Oder sollte ich sagen, beide. So. Der ist erledigt. Gut, kurze Verschnaufspause. Äh, denn... Ich muss mal kurz was nachschauen. Geladen. Verdammt für zwei oder mehr Gegner mit einem einzigen geladenen Schuss. Verdammt für zwei oder mehr Gegner in der Luft. Ja, okay. Gut, das sollte jetzt nicht so schwer sein. Tja. Ha. Gut. War's das schon, dieser Skillshot? Ja, super. Den haben wir schon mal. Muss ich das nur noch bei fliegenden Gegnern machen? Keine Versorgungskapsel ist nahe. Ich hole mal Munition für, ähm, mein Gewehr. So, 18 von den Bots haben wir schon. Ah, wo ist es? Ach, hier. Ich gehe lieber mal in Deckung. Man weiß ja nie, was passiert. Gut. Meine Waffe ist geladen. Höfe. Hm, glaube ich dir, Schätzchen. So. Gut, ähm. Ich habe mal eine Idee. Okay, okay. Scheint keine Gegner mehr zu sein. Kann ich jetzt also nicht machen. Ach komm, was ist das denn hier? Ja, sag ich, das ist eine riesige Echse. Ist ihr auf eurem Weg in die Stadt zufällig durch eine Höhle gekommen? Habt ihr vielleicht irgendetwas verärgert? Ähm, nein. Naja, vielleicht. Wie bescheuert bist du Arsch eigentlich? Äh, wir haben die ganze... Naja, ich sag mal so, wir haben ihre ganzen Nachkommen, äh, vernichtet. Kann also sein, dass sie sichtlich aggressiv ist. Aber das ist natürlich nur eine bloße Vermutung. Und, geht mal in die Luft, bitte. Wieso funktioniert das jetzt nicht? Oh, ist aber anscheinend keine Ladung mehr. Dann sollte ich das lieber lassen. Gut, wir haben auch einen Abgang. So, Kollege, geh drauf. Wo? So. Na gut, verstochen. Kann ich auch gerne an die Wand stampfen. Ja, dann halt so. Ach, da ist das Typ. Der Typ, ich dachte schon, ich hätte ein Skelett angegriffen. Das ist ja schon klar, dass ich mich bewegen soll. Dass ich nicht hierbleiben will, ist mir auch bewusst. Boah, scheiße. Boah, scheiße. Lecker Pustelsaft. So. Gut, weiter geht's. So, lass jetzt mal wegtreten, das Auto. Und wo ist Ichi schon wieder? Wo ist der Typ? Ohne Witz. Ja, da ist das Viech. Ja, also den... Alter. Aber geil sieht das Viech schon aus, muss man sagen. Ist echt so ein Godzilla-Verschnitt. Ich glaube, das ist jetzt aber echt Agro auf alles. Okay. In Gefahren soll man ja eigentlich nicht in einen Aufzug. Aber ich glaube, bei so einem Viech, da ist das dann egal. Das fass ich nicht. Alter, allein nur durch den Schrei. Was hast du dem Ding angetan? Seine Babys getötet? Was? Nein! Natürlich nicht! Naja, vielleicht. Tja, an dem Punkt wärst du auch, wenn du bei mir geblieben wärst. Aber die Kontrolle an die AI. Das ist wirklich so. Das ist auch jetzt gerade von wegen, wenn ich hier gewartet hätte, werden wir jetzt auch hier. Aber das ist auch bei, sag ich mal so, Rasern so, wenn einer vor einem ist. Da ist es genau so. Da ist es nämlich auch so, dass meistens die Raser, wenn man denen an der nächsten Ampel dann eh wieder begegnen, und das ist eigentlich total unnützbar. Hammerschwanz-Jones mit seiner göttlichen Arschlochmaschine. Hammerschwanz-Jones mit seiner göttlichen Arschlochmaschine. Schau Gott, Alter. Ach so, Ishi chillt jetzt unten, oder? Kostet den salzigen Geschmack der Verderbnis, ihr hirntoten Bikanotten. Hirntoten Bikanotten. Also, wenn man Beleidigungen lernen will, dann spielt man das Spiel. Da braucht man nichts anderes. Na, super. Hammer Bear hat uns gepunst. Sie muss wohl deinem Gestank gefällt sein. Bring dich zu ihr rüber. Die wird nicht mehr lange Jagd auf mich machen. Wenn die Riesenschlampe weiter aus dem Gebäude losgeht, bricht es zusammen. Und wir verlieren beide. Ja, kann auch sein. Oh, eingesauft bekommen. Cool. Ach, da ist Serano da oben. Der verteidigt sich da. Ach, den will ich gar nicht retten. Aber wir brauchen den ja für unsere Rettung. Na, super. Alter. Ich bin dabei. Ich glaube, das ist jetzt noch Mad auf uns. Mad auf uns als vorher. Gibt es überhaupt das Wort Mad auf uns? Der einzige Weg führt mitten durch. Schieß das Finster raus. Eis und fertig. Aufgefasst. So. Auf jeden Fall cool gemacht, muss ich sagen. Okay, alles klar. Schieß jetzt. Ich bin ja dabei. Irgendwo tut mir das Viech leid. Ich mag das nicht. Die ist ja eigentlich... Eigentlich macht die ja nichts. Die war ja eigentlich auch friedlich in ihrem Bau und hat uns gar nicht angegriffen. Erst weil sie ihre Eier zerstört haben. Da tut es mir dann ehrlich gesagt auch ein bisschen leid, dass wir das Viech jetzt töten. Das liegt ja nicht nur daran, weil wir ihre Kinder sozusagen ermordet haben. Das tut mir schon leid. So ein bisschen wie bei Godzilla. Also die... Also ich habe den neuen Teil jetzt nicht gesehen. Ich habe nur den gesehen von 1999 oder so. Da tut es mir dann auch immer so leid am Ende, wie die den dann töten. Und ja... Keine Ahnung. Da habe ich mir so mit Leid. Aber naja... Wie bei das Viech als ich. Ich will auch nicht drauf gehen. Da muss ich echt viel Munition haben. Na... Verdammt verfluchte Scheiße! Gerade wenn ich vom Teufel spreche. Dass wir ihm mal zur Rettung kommen. Wahnsinn. Gut, das wird ihm jetzt erstmal wehtun. An jeder andere Stelle, der es vielleicht überlebt, aber nicht im Mund. Geh, 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 geh. Geh, 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 geh. Grayson. General Pisswichser. Verdammt nett von euch, dass ihr Trishka bei meiner Rettung helft. Trishka, bitte zeig diesem meuternden Haufen Scheiße unsere Dankbarkeit. Zuerst müssen wir noch etwas klären. Hast du meinen Vater getötet? Ich weiß gar nichts über deinen Vater. Grayson hat dich manipuliert. Sag ihr die Wahrheit. Runter mit der Waffe. Verarschst du mich? Nein. Dein selbstgerechter Zorn hat mich genug gekostet. Serrano wird sein Rettungsschiff bekommen. Und ich werde an Bautzen, wie du es versprochen hast. Ich habe wohl einen neuen, besten Freund. Okay, Ishi. Versprochen ist versprochen. Es interessiert mich ein Dreck, was ihr Kerle miteinander zu klären habt. Wenn ihr etwas mit dem Tod meines Vaters zu tun hattet, sterbe ich gern, solange ich nur euch mitnehme. Okay, okay, wir sind wohl alle ein wenig aufgewühlt. Aber es gibt momentan echt Wichtigeres zu tun. Das Unternehmen, das dieses widerliche Ressort gebaut hat, hat mir den überaus lukrativen Auftrag gegeben, eine DNA-Bombe zu zünden, die sämtliches Leben auslöscht. Die Stadt an sich aber, in ihrer Infrastruktur, gänzlich intakt lässt. Willst du uns wirklich jetzt mit den Missionsdetails langweilen? Halt mal eine Sekunde deinen Schwanz still, du Wichser. Diese DNA-Bombe wird in zwei Stunden detonieren. Das Ding, das mich retten soll, also mein Rettungsschiff, ist allerdings erst in drei Stunden hier. Also könnt ihr Halbaffen genug rechnen, um das Problem zu erkennen? Er sagt die Wahrheit. Mieser Wichser. Übrigens habe ich dir einen Gefallen getan. Was wäre passiert, wenn sie erfahren hätte, dass dein Dad-Echo-Squad ihren Vater getötet hat? Was wäre dann? Los, kommt schon, ihr Tussis. Ein Gammasturm zieht auf. Ähm, wenn ihr Wichser also ein paar Stunden länger leben wollt, brauchen wir Deckung. Wir müssen uns zur Ulysses durchschlagen und die Bombe deaktivieren. Komm, sei vernünftig. Wir können das hier noch überleben. Vernünftig. Ich weiß nicht, ob ich damit leben kann. Hm, ich hoffe nicht, dass sie jetzt einfach tot ist. Sechste Akt, Kapitel 1. Papa bringt euch hier raus. Heißt das, wir müssen jetzt mit Serrano, diesem ekelhaften, schleimigen Wichser kämpfen? Na super, toll. Trishka war mir echt lieber. Trishka war mir zehnmal lieber. Und nicht, weil sie Tittenbonus hatte. Nein, aber ohne Witz. Ich meine, okay, gut. Aber ich glaube, sie hätte uns das vielleicht irgendwie vollziehen mit ihrem Vater, weil wir das ja echt nur gemacht haben, weil Serrano, der hier dieser Schleimschwanz, uns das ja befohlen hat. Und wir das ja nicht wussten. Und das war 100 pro, dieses Mädchen, was Ishi beschützt hatte. Das war Trishka. Ich hoffe, die lebt. Ich hoffe, die hat den Sturz irgendwie überlebt. Kann ich mir vorstellen, weil ich glaube, so uneblich zu sterben, wenn schon, das wäre lame. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, bevor wir jetzt Serrano, dem Schleimigen und seiner Schleimschwanz folgen, würde ich sagen, bende ich jetzt hier erstmal den Part und dann sehen wir uns zum nächsten wieder. Ciao, Leute.